ja die zahlen habe ich freigeschaltet schwarm und alpha abriegelung habe ich das jetzt auch und ich denke mal die rechnung hier von elite stimmt jetzt auch nicht mehr weil hier steht noch der prestige rechner da da steht jetzt noch eine halbe stunden und von einer halben stunde stand da noch zwei stunden und eine minute 2,1 stunden meine ich nicht zwei stunden eine minute ja und da wir ja doppelte punkte haben stimmt das ja nicht das muss ja die hälfte sein also ungefähr ein bisschen mehr als eine halbe stunde wenn das stimmt und jetzt stirbt er nicht jetzt kommt da noch eine stunde hunter killer drohne bereits zum einsatz wir haben die kontrolle übernommen hunter killer drohne eingesetzt feinde haben die drohne zerstört vorräte unterwegs hätte ich sowieso nicht gekriegt wir verlieren bravo das ist ein abschuss wir haben er ist erledigt bravo wird gesichert ähm war das rengfreie drohne ist die die man selbst steuern kann ne ja ja super ja feindliche drohne nähert sich wir haben den vorteil verloren er ist erledigt ich finde irgendwie die die skorpion ist für mir ein bisschen schnell mit munitionsverbrauch 2 und 3 schuss und die ist in ja vielleicht zwei zehn sekunden leer ja oh der lebt ja nicht mehr zum glück hab ich da schon eine nachladen drauf gemacht sonst ja ich hab die mal einfach mal abgeknallt wie vor mir war das der hat sie gerade ausgeholt und dann war sie sofort weg weil ich sie abgeschossen hab ja die beine die liegen da rum jetzt jetzt ne gut ich komme jetzt da nicht mehr raus weil alle rausgehen weil wir verlieren ja c wird gesichert wir werden beherrscht aggressiver vorgehen c wird gesichert ja komm ich schieb schon ach nein das ist ein abschuss ey was ist denn so los die diskussion tötet aber schnell hier ne ach komm ach komm raffel dich wieder auf raffel dich wieder auf raffel dich wieder auf die beine ach was mal im jungsten ach oben im fenster boah scheiße scheiße weg weg b wird gesichert wir verlieren charlie bravo ist abgesichert aber es ist noch nicht vorbei das war ja 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 scheiße das ist ein abschuss halbzeit ja nicht dich und noch nicht mal ist ja erst halbe dann kommt da kein neuer mehr zu kein neuer mehr zu war auch gut ich hab gemessert ich hab geschossen nicht gemessert mal die Angst noch unterwegs erledigt man so blöd scheiße dreck diese helis nerven auch wir verlieren charlie wow ich bin noch gerettet äh Ja, Heli, nervt nicht. Jetzt. Wir werden doch gleich von dem Heli abgespeichert hier. Ja. Hä? Ich habe aber alles freigeschaltet. Ich mache manchmal den Heli platt. Jetzt treffe ich nicht, was ist das denn? Oh, der ist ja weg. Super. Wow, was war das? Ich habe halt irgendwie 200 Punkte gekriegt. Ja, nö. Hallo? Ich komme hoch. Ah, ne, jetzt bist du. Ich komme hoch. Ich bleib jetzt hier. Ja, ich weiß. Ich komme von hoch. Die kommen hoch. Ich muss mir loswerden. Waffe näher, Deckung! A wird gesichert. Willst du jetzt nicht? Ne, willst du nicht. Hallo? Ich bin schon wieder erwischt, ey. Mist. Genau in die falsche Richtung geguckt. Ach komm. Denken sie sich jetzt auch, was sind das denn für zwei Typen, die hier drin bleiben, ne? Hallo? Zwei, lol. Zwei gegen... Wie viel sind das denn? Vier. Na gut, drei gegen drei ist auch nicht gerade. C wird gesichert. Der Zeitplan ist in Gefahr. Beeilung! Jetzt stirbt er nicht. Ja. Der Kalid, Deck 60, Spaß, Alter. Das gibt's doch nicht. Achtung, Achtung. Es kommt. Ja. Wow. Wo war der? Ist der Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Drohne, fertig. Wie viele Abschüsse waren das? Doch gar nicht. Wie viele Abschüsse? 50. Ziel ausgeschaltet. Nein, da sind welche. 43 zu 30 mal. Was ein Drecksspiel. Boah, das ist... Na los, na los! Für so einen Scheiß war das eigentlich... ...kann immer so schlecht. Bin halt viel zu oft gestorben, aber... Ist erledigt. Ja, ich hab aber 43 Abschlüsse, warum auch immer. Wieso auch immer, ja? Vordergriffen, schnell, Ziegen. Oh, ich war in der Hälfte von 55. Was hab ich denn hier? Schwarm. Krieg ich nie im Leben. Hier haben wir was Neues. Vordergriff. Ich lass das mal lieber so. Aber nur noch... ...eineinhalb Level. Ich such mal neu. Mal den Wächter, Digga. Spielwächter. Was war das jetzt? Ich geh raus und bin sofort wieder in der Lobby drin. Ja, dann zugeschnauert. Ui. Und Hauptquartier. Oh, oh. Gewinnen wir das? Nein, natürlich sind wir im Verlierer-Team. Und von oben. Der Tod kommt von oben. Oder von der Treppe. Ha. Das war's. Das war's. Das war's. ja ich bin noch hier ich tue mich gerade nur konzentrieren und von wo kommen weil ich ja wenn ich sowieso in die ecke geht ja ok du lebst ja noch glück ja ja genau das liegt an der verbindung wenn du eine schlechte verbindung hast dann kannst du so viele schüsse drauf machen dass das dein magazin ist und dann stirbt er manchmal auch nicht immer aber ja ab und zu ach jetzt c4 aber noch ist alles offen wird immer von kanad getötet ja das bist du ja wir gewinnen und wie geht es da so rum da ist es ja von uns auf die beine das war knapp 9 Machis Das haben wir aber gewonnen Das haben wir gewonnen Oder? Ne, es gibt ja nur eine Runde Mach die Schrotflinten Und dat war's Wir haben sogar noch gewonnen Soll ich das machen? Ja, dann mach ich mal gleich Nachdem das hier fertig ist Mach ich mal Kurze Pause Auch wenn es jetzt gleich fertig ist Ist aber Sowieso noch Dauert noch ein bisschen Okay, dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause Und sind dann in der nächsten Folge wieder da Bis dahin Tschüss 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 Tschüss